ARD Text im Auftrag von Funk Kennst du die? Noch nie gesehen in meinem Leben. Soll, ja. Ich hätte einen angefangen, beziehungsweise alle angefangen. Hahaha! Ja! Geil! So, jetzt kann ich ein bisschen Fältchen aktivieren. Dann töt ich diesen Spiel. Damit... 3.800. Oh, das sind noch 4.000. Du hüppst die Dex hier an. Hahaha! Musstest du mal verkehren? Musstest du offen lassen? Was ist das hier? Oh, ich sehe das. Ich gehe auf. Ich spiele ein neues Gewinn. Ich spiele es. Welche von den Neuen genau so wichtig ist es? Aber den kennen ich. Das fällt zu gut, Alter. Gestern ging ich verloren. Lauerlich. Direkt. Wie sind eigentlich die Regeln bei TBT? Muss man das alles hermachen, oder? Scheiße! Ja, ich komme auf dich zurück. Ja, ich komme auf dich zurück. Wie sind denn die Regeln? Es gibt keine Regeln. Echt jetzt? Auf jeden Fall. Heute, Samstag. FT relativ leer. Das liegt daran, dass es ein krasses Turnier ist. Ah! Meistens sind alle hingefahren. Aber TBT so gar kein Interesse. Wir wissen nicht mal, dass es stattfindet, aber... Was für ein Kaiser? Ja. Doch, ich weiß es schon. Aber... Wo soll ich dir Hilfe? Ich habe noch keine einzige neue Karte aus dem neuen Set. Obwohl noch nicht. Natürlich. Nee. Ich habe nur Cosmo. Ja, reicht doch. Das ist eigentlich nicht, Mann. Klar. Wenn ich da hinfahre, will ich sie auch zerstören. Ich hätte... Alter, ich hätte sogar mein Plane 2 gespielt, Mann. Das läuft zu krass, Alter. Nee, Mann. Ey, du bist schon die ganze Zeit, das ist schon klar. Was? Nee, was ist los? Juvio ist tot, Mann. Was darfst du? Digga, ich spiele diese Zeit ein bisschen online, ja? Und ich spiele anhängend, also sprich... Ich spiele halt gegen verschiedenste Arten von Danks, ja? Auch die, die man jetzt nur am OCR umlaufen. Metal Foes, ja? Gibt in verschiedensten Varianten, das ist einfach nur krass. ABC-Dragons, einfach nur krass. Gefrochen. Ich finde das ist gegen Chaos-Max-Dragon, Blue-Eis verloren. Das macht keinen Spaß mehr. Man kommt mit so richtig geringem Aufwand auf Infinity, auf Zolkin, auf alles, Mann. Was soll man da machen? Das macht keinen Spaß mehr. Leider doch nicht. Leider nicht noch. Ich warte selber ab. Ich warte jetzt ab. Ich tue mich ein bisschen um meine Karten jetzt. Nächstes zu mir ist eh Wofu. Im Dezember. Ja, ist aber geil. Wie denkst du, du kannst erwähnen, dass ich wieder gebannt bin? Was? Nein. Metal Foes kriegt das neue Ding, die ganzen... Die ganzen... Alles gebannt, Mann, alles gebannt. Nein, Mann. Es gibt nichts gebannt, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich spielen werde in Zukunft. Echt? Ich hab echt keine Ahnung. Bandles abwarten, Rimini abwarten, was da so taubt und alles. Okay. Dann werden wir sehen. Ja. Hab ich auch nicht. Ich sag dir sogar, was Sache ist, Mann. Es macht doch keinen Spaß mehr online zu spielen einfach. Ja. Ja. Es hat noch nie Spaß gemacht online zu spielen. Doch, schon. Eine Zeit lang schon. Ich war eine Zeit lang auf Deadpool war ich ernst krass unterwegs, Mann. Da war ich sogar... Ich war Top 100, Top 50, ja. Und dann auf einmal hatte ich irgendeinen Knick drinnen. Und dann ging es wieder bergab. Das bin ich, keine Ahnung. Tausend irgendwas oder so. Tja. Ja. Das macht einfach keinen Spaß, Mann. Egal. Egal, ob du anfängst oder nicht. Egal, ob du im Klassisch fängst oder nichts oder nichts. Tot. Einfach tot. Das geht ab, Mann. Das geht ab, Mann. Das geht ab, Mann. Das geht ab, Mann. Bei dir, Mann. Was? Bei dir. Was ist los, Mann? Was ist los, Mann? Ich muss gleich arbeiten gehen. Das ist doch gut, Mann. Ich will nicht arbeiten. Immer. Beste. Samstag arbeiten ist echt Horror. Sucht euch alle eine Arbeit, wo ihr nicht Samstag arbeiten. Arbeitest du nicht immer Absicht Samstag? Nein. Damit du gewissen Leute nicht begegnen wirst. Nein. Ich bin gespannt, aber. Genau. Einmal im Monat 1. Einmal. Das ist jetzt diesmal Riemi. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Geh mir ein bisschen tauschen. Geh mir ein bisschen tauschen. Was machst du denn da, Alter? Das ist nicht der nächste Ordnung. Das ist nicht dein Ort. Ich kann damit nicht. Ich muss noch arbeiten gehen. Du hast doch gedacht, ich habe ihn mitgelesen. Ja, aber ich habe ihn mitgelesen. Ja, aber ich habe ihn mitgelesen. Soll ich das machen? Das ist doch keine Ordnung, Mann. Hier. Wir sind auch noch die dabei. Überseits Kaffee-Karten, Mann. Ja. Ich habe dich auch krass getauscht, Mann. Das ist so ein Wunder. 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 Möße-Spiel? Was ist denn? Was sind denn das? Was ist denn das? Ja, weißt du mal, nicht ein BK. Das ist neINER-Spiel? Ich war jetzt am�e Scharnfeil. Das muss ich super rüber gehören. EMA, ja. Ja, zwar nicht. das ist dasin... Exit kommt raus. Was ist denn hier rausgekommen? MADEL Ja일-Spiel? Eller stick点? Frau Lorenz, komm mal raus. Das ist echt nicht schlecht. 2-8 angehört. Wie Koyo. Du schlagst Kraft. Mal 2. Mal 2 sogar noch. Klasse. Stell dir vor, ich greife diesen Toten an. Er hat 0 auf 5-6 Schaden. Wenn er auf dem Spielfeld auf dem Friedhof gelegt wird, kann ich noch eine Karte zerstören. Er kann eine Karte entweder verhandeln auf dem Feld, aber er wird wieder angekackt. Wie geht alles umzusetzen? Die haben alle denselben Effekt. Wenn ich jetzt diese Fusionskarte direkt leg, kann ich gleich aktivieren. Das ist ein Zauberkartier. Ja, aber er hat eine Entscheidung. Wie gesagt, diese Daten haben die einzigartig gespielt. Metal Force gibt es gar nicht. 4-3. Man spielt aber auf den alten Monarch gar keinen. Gar keinen. Von den neuen. Es gibt ja auch Megamonarchen. Das ist eine Stufe höher. Das ist ein Megamonarch. Das gibt es mega. Okay, weil du das alles kennst. Das haben wir verschiedene Effekte. Und da ist einfach ein bisschen krasser. Und bricht halt diese... Freude, was ist das? Der war 3.000. Mit 8 selber Zweifeln hat er 4.000. Mit 8 selber Zweifeln hatte er 4.000. Mit 8 selber Zweifeln hat er 4.000. Nicht gerecht, Minus Müller. So ist es. Ich weiß hier alles gut. Ich spiele auch gegen Samstag. Hat sich aktiviert. Was sind jetzt die Pläne für die nächsten Wochen? Achtung, du musst selber raus. Inwiefern? Ist es jetzt Vlog? Ja, wie ist es demnächst weiterschauen? Wir hatten ja jetzt ein bisschen Pause. Pokémon Go ist rausgekommen. Morgen ist schon wütend, weil wir ein bisschen Videos nachgelassen haben. Was hat das? Oh ja, rechtlich. Also wir hauen ja endlich los. Das haben auch schon viele YouTuber gesagt. Wir hatten immer so viel Material. Und es ist ein bisschen zurückgegangen. Und das gefällt uns gar nicht. Die EM ist vorbei. Die EM sind wir nicht qualifiziert. Deswegen muss man schauen, was jetzt die nächste Woche ist. Wir warten alle auf die Liste, was wir das neu machen. Das heißt die nächste Woche? Bis Oktober ist mal nichts, Mann. Kann ich meine Prediction hier sagen? Schon, oder? Also ich habe mir jetzt die letzten Jahre schon mal angeschaut. Das ist wirklich interessant jetzt. Jetzt habe ich noch von keinem YouTuber gehört. Die Bennett List. Immer wenn sie zu dem Zeitpunkt kam, um die WM rum, kam sie immer nach der WM. Ja, aber sag mal. Einmal bei Adels. Adels hat die WM gewonnen vor ein paar Jahren. Dann kam die Bennett List danach. Dann vor ein paar Jahren hat Infernity gewonnen. Bam. Gleich danach kam die Bennett List. Und diesmal wissen wir wieder, die WM ist am 20. oder 21. sowas. Und Rimini ist am 28. Aber das ist die gleiche Woche später. Ja, das ist immer so. Nach der WM kommt die Bennett List und deswegen Rimini perfekt. Neues Format. Weil es ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, ich kann mich natürlich hirn, dass nach der WM wieder die Bennett List kommt. Das heißt, stellt sich darauf ein, nach der WM, also 20. oder 21. Aber was wird auf der WM gespielt? Nein, das ist ja egal. Aber nach der WM ist es immer so die neue Ära. Verstehst du? Das war immer so. Ach so, ja. Ja, genau. Du meinst alle Turniere bis zur WM. Genau, genau. Beim WM letztes Turnier und dann fängst du immer an. Weil wenn die jetzt die Bennett List ändern, weil Japan und Europa ist ja verschieden. Das heißt, du musst dir nochmal alles durcheinander bringen. Deswegen nach der WM bin ich mir ziemlich sicher. Also auch die letzten Jahre so. Ich weiß nicht, was du gemacht hast wie vor. Ich glaube nicht. Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Wir sind im Rot. Ich habe die größten Geheimnisse gesammelt. Ja, aber was versteckst du da jetzt? Gar nichts, Alter. Was willst du von mir? Wir müssen meine Eier auch noch sehen. Oh, wo sind die 10 Kilometer Eier alle geschwimpt? Alle weg, man. An das Neue holen jetzt. Warte, ein Zeug. Oh mein Gott. Und Blutmaschine. Hast du wenigstens Boden- oder Freilandhaltung gemacht? So gut. Okay. Schau mal, wenn da 0 steht, musst du die Arena aufbauen. Ja, ich mache jetzt. Nächste Woche. Relaxung. Ich habe mir jetzt alle 21 Stunden gesehen. Nein, Digga. Ich mache jetzt. Alter. Trombo. Das ist Rombo, oder? Ja. Schau mal, wenn ich jetzt den mache. Ich werde den aufwerten. Ja. Den kannst du schon jetzt machen. Ja. Den kannst du schon jetzt machen. Digga, ich mache ein Glücks ein. Da kriege ich mehr Punkte. Mehr Erfahrungspunkte. Nein, aufwerten gibt es keine Frage. Oh mein Gott, Nico. Oh mein Gott, Nico ist da. Komm noch kurz für Pokémon, für Yu-Gi-Oh, dann können sie Pokémon wieder weitermachen. Echt? Freaks, man. Warte, wir gehen kurz vor den Türen wieder drin. Ja, die haben noch. Ich kann sehen, Zähne wechseln und so. Wieso, Mann? Bisschen mal besserer Hintergrund. Ja, komm jetzt raus, Mann. Ja, komm jetzt raus, Mann. Ja, alle raus. Ja, Mann. Ja, Mann. Kleine Diskussion noch. Über Gebärmt sein. Was? Diskussion über Gebärmt sein im Laden. Kannst du mal das ausmachen, Mann? Mach mal die Kamera aus, Mann. Gleich. Wir verabschieden uns auch jetzt vom Baum schon. Ja, wir verabschieden uns auch jetzt vom Baum schon. Ach so, ja, ich muss echt los, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Freund beim Streichen helfen. Großartig. Mach doch den, Mann. Hab ich doch. Nein. Es verschwendet zu viele Bälle, Mann. Ja. Wie taub sie los ist, Mann. Oh mein Gott, er ist raus. Ja. Warte mal. Ja, tschüss. Okay, ciao, Mann. Okay, wir sehen uns heute, Mann. Ich glaube, nächste Woche müsste ich eigentlich frei haben. Echt jetzt? Drachenreiter, der neue Drachen-Champ. Ich hab letzte Woche nicht so viel Zeit, Mann. Wir sehen uns. Sonst würden Sie sagen, gehen wir ein paar Arena ein. Alter, endlich, Mann. Ja. Pokémon GO fertig. Das ist die Combo. Da hast du mir schon mal gesagt, dass das die Combo ist. Das heißt, ich muss scheinbar Geld unterfinden. Ich muss das verhindern. Ich muss das verhindern. Ich muss das verhindern. Ich muss das vorbei. Okay? Ja, mach halt einfach. Sicher? Ja, mach halt einfach. Du bist ja sicher, dass es okay ist? Ja. Mein Zug. Mein Zug. Das ist echt weit. Digga. Gut, dann muss ich jetzt kurz überlegen. Wenn das jetzt eine mystische Tomate ist, dann könnte ich sie damit schießen. Oder blauer Scham. Das kürzt so. In effect. Das ist gut. Wieso hast du eigentlich noch Zeit? Ähm. Aber echt, Mann. Das ist gefährlich. So? Kann man die Token scheinbar als Exit hernehmen? Nein. Auch nicht. Kann man nichts machen. Ähm. So gut aus, Mann. Von diesem steamer, Mann. Okay. Ich bin jetzt mit FISIK atual. Ja, da würde ich mich nicht machen. Ciao. Leicht mal. Ich sag was. Das ist auch hier, das der Schammer. Pokémon Go spielen, oder Niko? Nee, Mann. Ich nicht, Mann. Radiza hier? Tati hat schon 20 Kilo durch Pokémon GO abgenommen, Mann. Warte, Nico, welches Level bist du? Wann starten wir unseren Channel endlich? Da müssten die anderen dabei sein, Mann. Wer bist du? Welche anderen? Ja, Baris und Dimi, oder? Wer hat das Füße? Keine Ahnung, Baris auf jeden Fall. Vielleicht der hier auch noch. Was willst du? Pokémon GO Channel, Mann. Oh mein Gott. Bevor es wieder enttäuscht hat er. Oh mein Gott. Ist doch so, Mann. Aber ich bin der Beste zur Zeit, gell? Bist du nicht. Bin ich ja recht? Welches Level bist du? Also Jungs, ich bin LL24. Ich muss denen alles beibringen. Baris und Dimi? Baris ist, glaube ich, 22. Nee, 23. Dimi ist, glaube ich, auch mit 22. Geh mal. Knapp, das kommt mein Kopf drin, Mann. Alles schlecht. Bist du schlecht? Ich bin heute auch 22. Solang du kein Drago haben mit 2,4 hast. Und du hast es als letzter geholt von denen. Ja, schau. Ich habe als letzter angefangen, bin ich schon Level 22, Leute. Also, entschuldige, Mann. Kommt alles von alleine, Mann. Ich glaube, hätten die mal so viel Zeit in Yu-Giho investiert, hätten wir schon eine YCS gewonnen. Oh mein Gott. Dazu sagen wir ja echt nichts sehen. Eigentlich nicht, Alter. Yu-Giho ist anders, Mann. Yu-Giho ist echt anders. Aber jetzt, Yu-Giho wird ganz anders. Ich sag euch warum, Alter. Ab jetzt werde ich das Top-Metadeck spielen und nicht mehr das Top-Schlechteste-Metadeck, Mann. Metal Force mit Cosmo. Nein, das spiele ich nicht. Ich warte halt ab, was halt abgeht. Schauen wir mal. Und ich richte mich vielleicht auch an ein krasses Team, und dann schauen wir mal. Was ist mit Unite-Pro-Gamers? Nein, zum Beispiel hier. Dazu machen wir noch ein Video. Ach, okay. DVD-Story-Time. DVD-Story-Time. Tati heult sich aus, Mann. Zum Beispiel, ich hätte auf der EM auch... Mach dich doch an Nikos Schultern, Mann. Ich hätte EM auch Ding spielen können, aber habe ich aber nicht. Was? Ich hätte auch BA spielen können, aber ich habe halt wenig Zeit gehabt. BA, Mann. BA war in der Zeit das stärkste Deck. Oder ist das stärkste Deck gewesen? Wieso hat BA nicht gewonnen? Ja. Ja, weil der eine hat die Top-Deck, du hast es nicht gesehen. Entschuldige mal, der hat der Space getoppteckt. Ja gut, der BA-Spieler wird den Spiel vorher auch krass getoppteckt haben oder so. Ja, Mann. BA brauchst du nicht topdecken. BA ist Konstanz pur, Mann. Aber ich werde jetzt echt nur noch Top-1-Meter spielen. Alter, BA Monarchs, endlustig. End schlecht. Oktober, Tati ist wieder back. Ja, Mann. Dezember, Pong ist wieder back. Ex-Praktikant, wann bist du wieder back? Oh mein Gott. Wenn Return of the Different Dimension aktiviert wird, Leute. Ja. Aber diese Karte ist leider gebannt, Mann. Also nie. Wir schauen nach den Ferien wahrscheinlich. Mal weiter. Mit neuen Sets und so. Mit neuen Balance machen wir weiter. Der neue Set ist gerade erst rausgekommen. Ja, mit dem nächsten 19. Achso, okay. Soll er rauskommen. Also mit dem nächsten 19. Also Dezember, so wie ich. Ich bin hier, Nico. Du wolltest eigentlich Kass abgehen. Haben wir letztens, vor zwei Wochen in dem Vlog so angegeben. Ihr habt mir mit DevPro End eingeredet, Mann. Dass man testen kann, Mann. Es war End der Vlog, Mann. Oh mein Gott. Du musst es öfter spielen, Nico. Braucht Ruling Network, Mann. Nein, du musst es öfter spielen. Ich vermisse echt die Zeit, Mann. Ruling Network, das waren noch Zeiten, Mann. Aber jetzt, Mann. Nico, du musst es öfter spielen. Glaub mir, vertrauen wir. Ja, man sieht es ja. Du kennst keine Karten, keine Rulings, Mann. Ja, das hat aber nichts mit DevPro zu tun. Das ist alles Pokemon Go-Show. Nico, welche Level bist du? Vier, Mann. Glaub ich. Zwei oder vier oder fünf. Da muss noch was kommen, Mann. Nein. Doch, Mann. Mindestlevel bei TBT ist 20. Hagen, welches Level bist du? Zehn. Zehn? Oha. Hagen, du spielst sowas doch krass richtig, oder? Hagen, mal Ende fünf, weil er nur zu Hause spielt, Mann. Hagen, enttäuscht mich, Mann. Ja, Mann. Du hast zu Hause, hat der Dingsmann immer so Spinnen gefangen, oder was, Mann. Alter, bei mir gab es alles, wo ich zu Hause war in meinem Zimmer. Ja, ja. Ich hatte sogar Ewoli gefangen. Oh mein Gott. Ja, das gibt's, na ohne Witz. Traumato, sogar Hypno hatte ich in meinem Zimmer. Echt? Ja, Mann. Ich hab ja auch einen Kumpel gefragt, der hat gemeint, oder der hat so eine Kollegin, die wohnt irgendwie auf einem Arten-Nest wahrscheinlich, weil die fängt nur Pokemon, aber jede verschiedene Artiger. Das ist echt krass, Mann. Wahrscheinlich bei dir auch so. Egal, Jungs, Mann. Ich pack's. Ja, Mann. Ich auch. Wir packen es alle. Ja, packen wir's. Ab, Mann. Mit Tanja sind die. Mit Tanja sind die. Mit Tanja sind die. Mit Tanja sind die. Wir sehen uns. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren unter unserer Facebook-Seite. Und leidet nicht.